so meine damen und herren herzlich willkommen hier bei johnny and friends gaming und wir sind hier bei hausflipper herzlich willkommen das bad ist uns gut geglückt wir haben also hier dieses haus schauen wir uns noch mal an den bereich hier das bad ist uns wirklich geglückt ja na ja sagen wir mal mit den mitteln die wir hier haben das hätte man nicht in dunkel machen sollen das schaut nicht gut aus aber so die spiegel haben wir hier wir haben pflanzen die wir haben ja blumen natürlich kann hier normalerweise noch so so kleine bad und silien füllen das passt der raum ist uns nicht geglückt denn ich soll hier hier fehlen angeblich noch sieben prozent weiß aber beim besten will nicht wo hier noch sieben prozent fehlen sollen und sieben prozent ist ein ganzer haufen also hier muss noch irgendetwas fehlen sonst gucken wir mal dreifach decken lambe dreifach decken lambe kaufen wir das mal ein was mal hier noch so hinhängen sollen kaufe ja das sind jetzt alles so sagen wir müssen jetzt genau austarieren das ganze noch mal okay eine couch will haben also ich verstehe das nicht wie das ja weißt du was ich glaube der will das nur um diesen ofen herum haben meinst du ja ich glaube diesen laminat will der überall drum haben aber halt nur nicht um den ofen rum ja aber das schaut doch furchtbar aus wenn ich jetzt hier überall laminat hermach schaut das ganz cool aus ja so ich war schon beim ofen muss man wie hier dem feuerflug und so das muss sozusagen hier überall laminat macht und nur beim ofen dann hier ja 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 das schaut scheiße aus so nah das ist das wahrscheinlich hier mein so jetzt gucken wir hier mal was soll man denn kaufen oder so das gemacht na was will ich denn hier machen ach hier soll man noch streichen oder was oder wie meint er das jetzt er meinte das jetzt ehrlich ist der quatsch oder nö überhaupt nicht überhaupt nicht nein natürlich nicht na gut stellen wir mal hier so hin jetzt passt dann immer hin das hat doch vorher gepasst da ist ja egal max jetzt hier noch die boden fließen hin steht da nicht gerade drin steht nicht gerade drin ok lass es ist quatsch so jetzt kommen wir mal ein machen wir erst mal hell jetzt mal was sehen boah es wird zu hell ja dann verkauft halt wieder was wir müssen hier ein bisschen ok das ist teilweise schon sehr hell wir stellen halt mal eine in die ecke so wir richten hier ein wohnzimmer ein alles sehr naja ja so passt ja lichtmäßig passt kann man natürlich dann alles noch verfeinern bis ins unendliche jetzt gucken wir mal die wollen eine couch machen wir mal eine braune couch rein couch würde natürlich perfekt hier her passen ich weiß ja nicht was hier alles her muss deswegen richten wir das jetzt hier alles erstmal ein wie viel von denen steht nix da gucken wir mal weiter was denn noch gucken wir mal weiter was denn noch einen tv schrank ja war da bisschen schwierig na mit am tv schrank dann stelle ich jetzt mal hier her was haben wir denn hier noch an fernseher ist der richtig rum ja passt super was haben wir denn noch hier das ist ja nicht der ernst oder ach du meine geht es ja riesig wo willst du denn hinstellen hier würde genau her passen eventuell auch hier ja ich glaube der soll hier her ja so am ofen naja weiß ich keine ahnung ich weiß nicht wie das sein soll was soll denn hier noch alles her die küchenspüle wie küchenspüle soll das hier eine küche sein oder was es sind doch keine anschlüsse nix ok da muss das hier wieder weg sorry aber das ist das ding im weg na da ist die heizung im weg wie stellen sie sich denn das jetzt vor ne küchenspüle soll hier rein ne küchenspüle soll ich denn die hin tun da muss das hier weg alter ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht tut mir leid ich kann doch das nicht hier herstellen leute ich kann ja das nicht herstellen die ok jetzt passen wir auf wir machen das anders die heizung steht hier total im weg jetzt kann ich das nicht umbauen alter ich hätte die heizung hierher gebaut ok dann geht es halt nicht anders ich kann es nicht ändern ich kann es nicht ändern also ihr seht so richtig weiß nicht so richtig ausgeklügel ist das system ja nett wieso soll ich denn hier eine küche her ja weißt du was die küche soll wahrscheinlich hierher normalerweise habe ich ja die vorgabe vom kunden das passt ja sonst alles gar nicht rein hier da soll die küche her ja das soll die küche her